So Freunde, weiter geht's und nach reiflicher Überlegung habe ich mir gedacht, dass wir nach diesem Level hier auch die Aufnahme beenden, denn es ist jetzt schon ein bisschen später und wenn ich meine Versprechen halten möchte, drei Parts heute noch hochzuladen, muss ich dann bald mal Schluss machen. So, hier sieht es sicher aus runter zu springen. Wir wagen es rein! So viel zu, hier sieht es sicher aus runter zu springen. Aber ich bin wieder hier. Warum nicht? So. Genau, das haben wir aktiviert, also gehen wir jetzt dort rüber und das wird wahrscheinlich dieses Mal eröffnen. Okay, lieber von hier. Alle, hübs, genau. Ähm, da. Und da. Äh, nein. Äh, oh ja, nein, doch. Nein, 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 nein. Ich kenne mich jetzt nicht mehr aus. Hier rüber, genau. Da, und schnell. Ha! Daneben! Äh. Plattform, danke. Äh. Oh, oh. Ich mag dieses Level nicht. Äh. Äh. Ah, gut. Ein Geld. Oh! Böser Zungen. Oh. Oh. Ja, ja, lach nur. Ich lach über dich, denn du bist jetzt tot. Und tschüss. Ha, ha. Ist doch gar nichts. Oh doch, ein Trank. Ich dachte schon, hätte er gar nichts unterlassen. Was mit dir? Ha? Ha? Stress? Ha? Ha? Kriegst du? Ja. Ha! Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass ich dieses Schwert hier mag? Ah. Ah, ich hatte recht. Hm. Deswegen die Kehle hinter. Ah, ich weiß, du bist ein Schöpf-Kumpel. Aber wir müssen weiter. Bald ist zu Ende. Dann machen wir mal Fettpause. Mit einer Kleinigkeit zu essen. Denn ich habe noch nicht angegessen heute. Und es ist bereits für dich, es interessiert, 21.51 Uhr. Also sollte ich mich mal bei L mit dem Aufnehmen, mit dem Spielen und mit dem Kack. So, mal sehen, was uns hier alles erwartet. Zum Beispiel Gegner. Was für eine Überraschung. Ui. Überall dampft es. Überall brennt es. Ah. Und jetzt. Hoppa. Ha, daneben. Hey. Wow. Au, 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 au. Ich dachte, er hat Feuer geschossen. Das Geräusche verwirren mich. Ui. Nett. Hey, Kumpel. Ciao, Kumpel. Sind wir im Vulkan? Hm. Oh. Nein, nein, nein. So nicht. Oh, ciao. Hm. Ein Schmerz auf der Tod. Ich glaube, da sollte ich nicht rein. Ich glaube, ich sollte vorsichtig sein. Gott. Hopp. Nein. Au. Hoden. Du bist auch im Hoden. Hoden. Ah. Doppelhoden. Hopp. Moment. Und. Nein. Stöckchen noch. Und ja. Alles meins. Meins, 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 meins. Oh. Hm. Hm. Rüstung. Hm. Hm. Hm, hm, hm. 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 Soll ich es mir holen? Komm, holt. Da wäre eine Plattform. Die wäre sicher. Hm. Hupf. Jetzt wäre ich fast in die Lava reingegangen. Ah, probieren wir es. Ja, sterben können wir eh nicht. Äh, drei Leben. Okay. Das sollte doch reichen. Hm, 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 hm. Ja. Nein, 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 nein. Wie mich diese Plattform mal verarscht hat. Die bleibt einfach mal stehen. Oh. Ich könnte Feuer sperren, wie die Gesichter hier. Nein, au. Dann noch mal. Ja, da, da. Ihr könnt mich alle mal am Penis lecken. Ja, weg mit dir. Ich will es noch mal versuchen. Ohne in die Lava zu gelangen. Nein. Au. Ficken. Okay, wir versuchen es nicht noch mal. Au. Ach, war ja klar. Okay, wir gehen jetzt einfach schön weiter. Und wieder runter mit dir. Und hepp. Und tot. Und noch mal hepp. Und noch mal tot. Oder abwehren. Aber jetzt tot. Ja, geht doch. Gut, gehen wir... Uh, Kamerafahrt. Hierüber. In der Hoffnung, dass uns hier nichts gleich jemand zhütet. Geh weg. Äh. Tu mich auch. Au. Verdammt. Wetter, wetter, wetter. So eine bekackte Kameraführung. Wirst du... Woll... Das ist dämliche Kamerascheiß-Dreck. Fick. Egal. Wo geht's hier noch? Nichts reingehen. Ganz zampft. Nein, 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 nein. Du Mist, Kerl. Äh. Jetzt bin ich wieder nackig. Oh. Es ist nur eine Truhe. Mit Trank. Voll unnötig. Geh weg. Oh, oh. Ich seh da was, was mir gefällt. Und das hol ich mir auch. 16 Münzen. Yeah. Okay. Ganz zampft. Oh. Kacke. Ha. Hab ich jetzt. Im Doppelpack. Jetzt. Eins. Huh. Das war knapp. Ich hab nicht gesehen, wo ich... hinfliege. Okay. Ganz langsam. Ganz chillig. Wir haben noch Zeit. Ja. Ja. Ah, schön. Sehr gut. Und weiter geht's. Stellt euch mir! Ha! So leicht lass ich mich nicht von euch verarschen. Niemals! Nicht von dir. Huh. Nicht von dir. Und schon gar nicht von dir. Und du überhaupt. Und du außerdem. Haben wir es bald. Gut. Ah, Rüstung. Sehr schön. Ah. Behalte deine Scheißbombe. Huh. Die explodieren schneller. Das geht gar nicht. Nicht. Nett. Aha. So. Das hier. Danke für das Geld. Na, Kumpel? Ich fordere dich zu einem Duell. Stell dich! Ha! Ich hab' gewonnen. Ich gewinne immer! Yeah! Schild! Weg! Weg! Ja. Nice. Okay. Das war anscheinend nicht der richtige Weg. Hm. Wo geht's dann lang? Hab' ich ne Abzweckung verpasst? Oh, oder geht's hier auf? Ah, hier geht's auf. Huppa. Hippah. Hoppa. Huppa. Was? Oh. Achso. Nur du. Komm her, wenn du was willst. Ja. Oh. Was ist da runtergefallen? Egal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Meins, 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 meins. Stirb. Geht alle weg. Ihr nervt nur. Okay. Warum nicht? Wäre sowieso bald zu Neige gegangen. Ne, zuerst hier. Sieht wesentlich interessanter aus. Ah, erwische ich dich. Ah, ne. Egal. Oh. Hm. Ah, hier. Und hüpp. Öh, das ist unfair. Okay, dann zuerst du. Ja. Meins, meins. Ach. Ha, hab ich dich. Ja, ach. Ja. Ja, ach. Ja, ach. Haha. und speichern strecken gut ist doch wunderbar ein paar mal gestorben aber egal so wo war denn nochmal der Sprechepunkt? ach ja da sehr schön reichen noch ein bisschen Geld wir haben ja noch nicht genug nicht wahr? gut Freunde dann werfen wir mal einen Diamanten rein und ich verabschiede mich euch mal wieder von euch ich weiß das war's mit Maximo Ghost to Glory ich bin euer Nocturne Cygnus so wollte ich es eigentlich sagen und wir sehen uns beim nächsten Mal wenn wir dieser Hölle wenn wir dieser Hölle entkommen also dann ciao Leute